Darmus hat aktiviert. 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 Alcatraz, hören Sie mir genau zu. Die Entscheidung ist gefallen. Die Bomber sind unterwegs. Nichts wie raus da. Ich habe einen Helikopter geschickt, aber Sie müssen sich beeilen. Suchen Sie sich eine öffnete Position, Alcatraz. Es kommt der Flut. Der Weiche mit dem Helikopter um uns wird hier zu werden. Die Barriere ist unten. Der Anzug sind unsere einzige Hoffnung. Analyse des Gewebevektors abgeschlossen. Nahenreformanalyse abgeschlossen. Kompatibilitätsregistrierung wird durchgeführt. Verarbeite 76%. Sperrprotokolle wird benötigt. Er muss hier irgendwo sein. Ja, aber dieses Autosgerät von Wuhl tatsächlich funktioniert. Und wenn er nicht in den Wellen ertrunken ist? Scheißpäne dran. Denn das zu glauben. Ursprünglich. Wir haben den Weg. Da! Da drüber! Feind uns! Ich bin's, Chino. Erinnern Sie sich? Was ist mit ihm geschehen? Hübscher Anzug, Mann. Von der Fifth Avenue. Warm Sie etwa ohne mich einkaufen? Los. Wir müssen irgendwo hin, wo es sicher ist. Wir sind hier leichte Beute. Ja, ohne Scheiß, Mann. Unterstützer mit der Treppkompanie. Erreiche den Exkultationsport. Tankische Optionen verfügbar. Besorgen Sie sich Feuerkraft. Die werden Sie brauchen. Delta 3, hören Sie mich? Wie sieht's aus? Ich höre Sie, Sir. Wir haben Moluskenangriffe von allen Seiten. Müssen an einen sicheren Ort. Haben Sie den Anzug, Kerl? Ja, wir haben ihn. Bleiben Sie, wo Sie sind. Wir kommen. Okay, aber beeilen Sie sich. Wir sind hier in der Unterzahl. Sie haben den Mann gehört. Gehen wir! Wir sind hier in der Unterzahl. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. 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 Das ist ein Wettbewerb.